moin moin und herzlich willkommen die leute ls19 geht in eine weitere folge am mittwoch die zweite 15 uhr ist es wir sind unterwegs in richtung wieder zum fuß des berges war beim sägewerk in der ersten folge heute mit dem ertrag nicht ganz so zufrieden was positiv ist wir sind raus aus den schulden aktuell haben wir ein bisschen geld auf dem konto was wir aber gleich in dünger investieren werden damit dieser schicke traktor dann direkt ein dünger anfangen kann denn ja dieses andere thema holz man müsste noch mal gucken wie viele schöne bäume wir noch haben auf unserem land die wir dann mit dem also hier sozusagen im ganzen rauf laden können dann haben wir da ja auch ein paar nettere stücke drauf als jetzt diesen ganzen kleinkram wir haben gemerkt da war eine ganze menge drauf aber da es nur kleinkram ist halt das sägewerk nicht so doll weil das sägewerk zahlt tatsächlich nach länge der hölzer ich glaube die gleiche anzahl bäume hat bei uns im single jetzt hier im stream test 15.000 oder so gebracht also mal locker ein drittel mehr oder dann 50 prozent sogar mehr und das ist natürlich schöner wenn wir es auch hinkriegen und ich glaube mit dem jc wie gesagt ist frontlader fähig und leider vorne heckgewicht hinten dran dann können wir gucken was für dicke baum stelle man hier rein wuchten kann das wäre tatsächlich noch mal eine ganz gute möglichkeit ich glaube aber die deko bäume bringen weiterhin nicht viel geld meister geld wird man eher mit den anderen machen was ich gerade hinten sehe es fehlt nicht mehr viel und der t9 ist fertig mit seiner flug arbeit wir hätten schon einige ganz gerne noch ein bisschen mehr gesehen aber jetzt nix der soll dann nur arbeiten und ein bisschen geld bringen und dann haben wir immer noch wieder 7000 verdient dann sind wir gleich wieder unten angekommen ist auch echt immer eine eierei hier dann steht die sehmaschine ja die sehmaschine sollte jetzt hier noch mal nacharbeiten und wie war das wir waren noch so viele lücken wo man sagt dann müssen wir noch mal rüber im motiv müssen wir hier noch mal rüber guckt euch das an dann müssen wir an einer stelle fast zweimal rüber ansonsten ist das an sie bild aber relativ gut was haben wir hier aber eigentlich haben wir nur drei solcher bäume hier noch stehen die sich lohnen alles andere sind andere deko bäume so wie es aussieht naja ist denn so ne guck mal er kann noch einmal zurück einmal vorne ist er fertig er ist eigentlich fertig das ist nämlich nachher unser dünger heini hier brauche ja nicht noch mal über gearbeitet werden und meine mucke ist aus mucke ist zu Ende machen wir mal wieder die mucke an sorry nicht so schlimm ein bisschen näher ran damit man auch was vom Traktor hört so tiefenlockere aufgabe ist erledigt also werden jetzt erstmal mit dem hier nacharbeiten diese seite sieht gut aus aber die andere seite muss nochmal gearbeitet werden saatgut verbrauch bei raps ist natürlich echt human das sind noch nicht viel raus weil es noch nicht gewachsen ist dürfte es ja auch egal sein ich glaube wir verzichten jetzt erstmal auf die felderweiterung als lange dauert da fällt zusammenlegung ist nach wie vor noch ein interessantes thema oder so am kleinen drescher da ist fast egal da ist an da braucht er gar nichts da ist an aber diese ecke ja auch schon mit ja zwei solche bäume sind da was können wir damit verdienen im besten falle 5000 bis 10.000 macht dann irgendwie relativ wenig sind ich glaube diese normalen dünnen bäume da können wir zwar die erste schön abschneiden und dann einmal in der mitte durch und auch wahrscheinlich einladen da kriegen wir auch kein geld für im frontland aufbau plus gabel kostet uns locker 10.000 und ich sehe nur deko bäume hier auf unserem land nur außer die drei da und das lohnt fast nicht lohn dienstleistung auffällt 12 ist abgeschlossen leute das hervorragend und erst mal eine runde in die fahren wo man nämlich erstmals missionsgeld ab das brauchen wir auch danke abgeschlossen 6900 das macht auf jeden fall gewinnen leute das ist nur ernten transportieren ernten düngen düngen auffällt 11 ballen pressen nach wie vor nicht unser thema düngen auffällt 13 das machen wir ja jetzt haben wir natürlich das problem wenn wir da düngen mit dem an die wir haben das herrn auf sagt gut eingestellt wir brauchen das geld irgendwann brauchen das geld den richtigen jetzt gleich in die anrichtung los 14.000 haben wir immerhin wieder das reicht um dünger zu kaufen für unser feld weil das müssen wir eben auch noch machen wir wollen jetzt einmal die mission starten dann holen wir unseren düngerstreuer machen da mal ein bisschen was rein und mit dem fahren wir dann eben auch selber und dann ist es ja in ordnung er hat ja auch arbeitsbreite kann man ja auch ein bisschen selber fahren sollten wir noch hinkriegen bevor es nacht wird weil nachts wollen wir spulen wo sollen wir hin fällt 13 aber das ist praktisch ist nicht weit weg welcher ist denn unser und was der bessere ich würde noch mal ein dünger pack kaufen oder zumindest ein wir kriegen ja glaube ich das geld zurück wenn wir es nicht verbrauchen auch lieber gleich mal drei müssen wir in unseren auch noch was reinfüllen dann danach und von hat auf geht's dem case so haben wir natürlich auch die möglichkeit häufiger mal traktoren zu testen und dann schon mal irgendwann zu wissen ob das welche für unseren fuhrpark werden können oder nicht wo ich könnte man vermuten der nächste traktor wird wahrscheinlich eher ein mod traktor werden bevor wir nämlich wieder so viel geld haben und dritten traktor vierten traktor brauchen wird es auf jeden fall schon eine ganze reihe mods geben wahrscheinlich gibt es heute schon ein paar mods erster tag nach day one ja liebe leute schreibt mal gerne rein wie sind eure bisherigen erfahrungen mit ls wahrscheinlich in der nächsten folge nochmal und wie macht es euch spaß was gefällt euch was gefällt euch nicht gucken ob wir da so ein bisschen meinung rein kriegen hier das sind zwölf meter arbeitsbreite ne so weg nicht im besitz das ist das richtige dünnerstreuer der verbraucht jetzt auch nichts mehr werden wir erst mal nur saatgut verbrauch an das kostet aber echt verdammt viel geld aber gut die maschine läuft gerade helfertechnisch und er läuft und verbraucht auch müssen mal gucken wie viel verdienen wir mit dieser mission wie waren das noch 5000 oder sondern 6600 also da sollten noch sollten noch was überbleiben gleich wo kommt das funktioniert so mit ihm haben wir jetzt unseren dünner steuer ab laden den auch gleich auf sollten wir unter 6000 landen wenn die mission fertig ist was verlust ich hoffe nicht man könnte natürlich mit dem auch noch da hinfahren und schnell ein bisschen helfen muss der gehen oder nicht oder sagt er denn das gefällt gehört ihr denn nicht das kann natürlich auch sein vielleicht sollte ich ja gar nicht zu viel düngereien oder nehmen wir können das doch wieder raus machen ja genau man kann sie sich daraus stellen weil sie nämlich demnächst kalk brauchen das licht das hammer hält und solange können wir mit licht fahren ist halb acht jetzt nehmen wir auch mal sein frontgewicht mit 2400 düngereien das fast ein bisschen überdimensioniert ein bisschen ist eigentlich sogar noch mal vertrieben es ist definitiv überdimensioniert ansonsten wenn so eine mission jetzt noch geld bringt kann man ja sagen auch wenn es nur 2000 ist dieses geld und wäre nicht schlecht aber wie fahren wir dann jetzt hier guck mal der fährt da hinten das sehen wir sogar hier ist nicht cool erstmal ausklappen das gerät weil der hat echt gute arbeitsbreite da müssen wir jetzt selber eben auch ein bisschen gucken und die einigermaßen ausnutzen schön so kann man streuen und wir verbrauchen unseren eigenen dünger und wir fahren jetzt kurz mal selber da hinten schon mit dem mit der hälfte des feldes fast durch nee sowas geht nicht muss schon alles düngen das ist die erste düngerstufe eine weitere düngerstufe gibt es dann später irgendwann sobald die ersten wachstumstufen da sind oder dünger mit zukaufen aber dann kriegen wir auch wieder geld für das dünger was unverbraucht ist dann müsste ja auch bisschen geld wieder rauskommen da läuft aber auch was rein so viel dünner wird hier rauskauen zufriedene pflanzen dünge einen hektar welche errungenschaften wir uns hier gönnen das ist schon mal beruhigend aber wir haben definitiv noch nicht genug geld was das unberuhigend wegen der spritze und gift nachher wenn hier das unkraut hoch hat aber wir sehen auch gleich ob das vermutlich geld bringt mit der mission da oben oder ob es uns geld kostet nein ganz nachvollziehbar wird es nicht sein wo wir selber zwischendurch was gekauft haben das merken wir tatsächlich nur das einmal komplett machen ohne irgendwelche ausgaben ohne helfeausgaben von unsererseits das dauert nachher natürlich auch bis es gewachsen ist deswegen ist so wichtig dass wir machen die felder jetzt fertig über nacht holen wir dann schön machen pflanzen wachstum auch schnell dann haben am nächsten morgen auf jeden fall schon mindestens eine vielleicht sogar zwei wachstumstufen dann kann man noch mal ein dünger und drüber schicken müssen wahrscheinlich gift spritzen also müssen irgendwie an geld kommen wahrscheinlich mit dem rest holz den wir noch haben und dann wieder so per hand wie wir es gemacht haben wo was da denn los in polizei oder was da weiter hab ich noch nicht gesehen was war da denn was war da los das reicht aber ein dünger für das feld das ist gut hier einmal wieder neu ansetzen kommen wir hier rum das fällt auch gleich schon gedüngt das war schon gut dass wir den gekauft haben glaube ich mit dieser großen arbeitsbreite und wir sehen der wird wohl bei 7000 stehen bleiben und wenn er ein bisschen geld über bleibt dürften wir auf jeden fall was verdient haben der blöd wenn nicht mehr ich glaube eine bahn hat er da oben noch dann dürfte er es geschafft haben also viel geld verlieren wir damit nicht wenn er ein tausender über bleibt okay dann ist es so ist aber auch nicht verkehrt muss man auch sagen auch ein tausender plus hilft uns gerade am anfang echt weiter für unsere unkraut vernichtung was es immer ich glaube es muss ja eine wird zu werden kann auch ein striegel werden ganz am anfang weiß noch nicht kommt noch ein bisschen darauf an wann hier unkraut einmal durch zieht durchs land lohn dienstleistung auffällt 13 abgeschlossen warum kostet das dann aktuell auch so viel geld in der sehmaschine ne die sehmaschine kauft eigentlich nicht wir verbrauchen auch aber der fährt noch erfährt noch die letzten meter eigentlich überflüssiger weise gut abschließend haben wir den monaten monet ist mal hier 12.800 wir haben auf jeden fall damit geld verdient wenn ich also ich sage noch mal wir haben damit nicht viel verdient aber wir haben damit einmal und wenn wir jetzt hier müssen noch einmal zurück da hinten oder nicht genau hier diesen kleinen streifen noch haben wir es geschafft und auch nicht umfang jetzt noch eine neue mission an aber wir werden weiterhin uns mit solchen kleinen mission über wasser halten wo wir helfer sinnvoll einstellen können aber wir können das ja gar nicht alles selber machen aber wir können da selber mit unserem gefährt hin und hätten jetzt ein tausender mehr verdient aber auf der anderen seite haben wir dann auch ein fahrer wo das können wir jetzt machen wenn wir die fahrzeuge nicht brauchen und alles wächst dann kommen natürlich mit dem düngerstreuer mal irgendwo hin oder ich bin gedüngt ein fehler hier noch mal ein bisschen ausmerzen da ist auch gleich fertig der düngerstreuer also gut da arbeitet hier aber wieder unsauber auf der ecke und warum fahr ich eigentlich die ganze zeit ohne licht auf dem feld das ja frech so das kostet natürlich wieder geld das kann man ja ganz gut so eigentlich machen mit dem helfer ein stück weit die breite ausloten ist wie gps ungefähr weil der helfer ziemlich gut ist in der breite wir nicht machen wir kurz mal den helfer an und gucken aber er kommt wahrscheinlich nicht so weit weil der drescher da am weg ist war ja schon zu weit jetzt unserem zu unserer maschinen geräte sammelstelle krass der fährt aber jetzt die ganze zeit mit düngerstreuer hier weiter das ist das ist heftig was er die ganze zeit geld im wende modus das ungünstig und dann definitiv noch nicht genug geld für eine ordentliche spritze inklusive mittel ganzen schutzmittel die leute alle eigentlich also kann sein dass wir morgen noch mal einen baum fällen wenn wir anders nicht zurecht kommen wollen sie doch erstmal hier stehen lassen ja was gibt es denn noch für missionen das ist auch etwas mit spritzen 33 aber wenig geld und wenig geld heißt es bleibt noch weniger über auch wenn das coole drescher sind teilweise haben wir mit sicherheit lange noch nicht dahin kommen sowas interessanter 3.300 minus 600 und dann 11 düngen lassen mit so einem dünnerstreuer geht ja auch schnell mit 27 wahrscheinlich das gleiche also warte mal 11 und 27 27 ist hier ist auch nicht weit weg das ist interessant 11 ist auch interessant weil schön einfach zum fahren für den helfer muss nicht häufig wenden heißt er kann relativ schnell arbeiten ich bin mal ein bisschen beeilen das ganze dumme jetzt hier schon für 20 vor 8 noch mal kurz rein was wir demnächst noch an geld brauchen für die spritze 30.000 jetzt haben wir zumindest schon mal eine düngerstufe drin das sehen wir es muss noch einmal gedüngt werden dann passt das später benötigt kalk benötigt kalk unkraut ist noch nicht da unkraut kommt wahrscheinlich erst auch irgendwann über nacht auf einmal zack ist es da könnte ich mir vorstellen die sehmaschine hat morgen noch den rest zu tun ist nicht mehr so viel diese seite ist das vorgewendet auf jeden fall schon mal gut gewesen hinten hat er nicht vorgewendet gemacht auf der anderen seite fährt er halt knapp wird vorher auf was ist denn da hinten schon wieder los das sind hier teilweise aus das wäre das irgendwie die zeit leuchten ungefähr auf ferne finde ich ein bisschen komisch aus und 28.000 müssen wir irgendwie noch zusammen kriegen das ein hartes stück brot und über nachts haben wir zinsen ein bisschen schwarz für unsere finanzlage aktuell wie gesagt wir müssen ansonsten dünnen wir halt könnten auch fällt elf zum beispiel in unserem eigenen dünnen der steht hier nun mal gerade da und jetzt sagen okay fällt elf machen wir dir machen wir sogar mit eigenem dünger akzeptieren und schicken den einfach darüber steht ja direkt hier besser geht es ja eigentlich und hat auch noch also für das fällt bestimmt genug dünger mit was werden das wären immerhin 3000 wenn ich ist ja nicht ohne hier ne das ist wirklich nur vier mal hoch und runter fahren und dann hat man das erledigt das ist eine schöne aufgabe die wir in der nächsten folge machen liebe leute bekommen schon wieder über die zeit ich weiß ich könnte auch immer stunden folgen machen aktuell weil einfach alles 19 natürlich erst und das macht auch definitiv sinn von der mission hier einfach selber zu erledigen aber dann erst beim nächsten mal danke euch bis dahin und tschüss